So, jetzt hätte ich noch einen Vorschlag zu machen. Wenn Sie sich bei... Walter Giller, bitte. Hast du... Walter, das ist zu früh. Hast du gerade zu tun oder störe ich? Du kommst zu früh und außerdem, was sollte das? Ich bin abergläubisch, nicht mit dem Schirm hier drin. Ich habe ganz etwas Interessantes herausgefunden. Dann sag es und dann ist... Sieben große Schritte bis hierher. Weißt du, was da drunter ist? Da kommt der Giller. Nein, da drunter ist die Kantine. Walter, können wir denn von nichts anderem reden als von Alkohol? Ich dachte, das interessierte ich auch. Und ich habe mit dem Wirt ausgemacht, wenn ich einmal mit dem Fuß aufstampfe, so, dann bringt er uns ein Bier raus. Der hört das da unten? Ja, ist ja genau da drunter. Walter, ich sage dir etwas. Wir sind in einigen Szenen aufgetreten als Beton. Und jetzt ist Schluss damit. Wir müssen uns einmal darüber klar sein, dass es nicht immer nur um den Alkohol geht. Es geht nicht immer nur um den Alkohol, weil wir... Oh! Das war ich. Bezahl doch mal eben, Peter, ja? Auf Wiedersehen. Bis nachher. Jetzt war ich auch noch schuld an der Geschichte. Na, ich möchte erst mal... Peter, also du, der Wirt, du, das ist vielleicht eine Pfeife, du. Der hier? Ja, der will nichts mehr anschreiben. Das ist doch Quatsch, der kann doch nicht alles im Kopf behalten, Mensch, was wir pumpen. Genau. Das ist doch Blödsinn, Mensch. Ich will mir mal sagen, guck mal da drüben, die Mangelsprache. Oh, ich sehe nichts. Hier mit den Nerzen, Käpp. Wenn das Nerzen ist, dann leben die Kanickel ja unter falschen Namen. Und den Hut, den sie aufhat, nennst du? Hör bloß auf von den Hut, Mensch. Der Hut sieht aus, als hätte er auf ihrem Kopf eine Notlandung gemacht. Das ist aber richtig. Der Kerl neben mir, der ist übrigens Jäger. Der hat vor acht Tagen einen Achter geschossen. Und in der Schlacht. Mit oder ohne Steuermann, du? Mensch, einen Achter. Ach so. Aber du wirst, der ist Jäger, verstehst du? Und der hat jetzt auf einer Safari... Nein, du. Auf einer Safari hat der einen Löwen gejagt, du. Und dann, fritz, du, hat er dir den Schwanz abgeschnitten. Warum hat er denn den Kopf abgeschnitten? Der war schon ab. Sag mal, sag mal übrigens, weißt du denn, lieber Freund, weißt du das überhaupt, dass du gestern ein Bier zu wenig bezahlt hast? Mann, wie sich das rumspringt, so auf einer Hauseweg, hat einem Polizist gesagt, er hätte einen zu viel getrunken. Willst du mal wieder sehen. Aber letzten Samstag bei uns im Sportsverein, da haben wir Wetttrinken veranstaltet. Wer ist denn Zweiter geworden? Hör mal, ich bin jetzt in einem Gesangverein, das ist die beste Idee. Da wird geschwurft, verstehst du? Da spielen wir Karten und da wird außerdem gesoffen. Wann singt ihr denn da? Auf dem Nachhausewege. Hör mal, Peter, du bist doch dein Freund, nicht? Ich bin dein Freund. Du erfüllst doch auch Zuschauerwünsche, nicht? Wünsch dir was. Hol doch mal zwei Bier. Also, hör mal, bevor ich geh, dieser Ballon ist, bin bei mir gestürzt, ist für deine beiden Kinder, aber wir sollen ehrlich teilen, ja? Das ist der Peter, der vertritt auch nichts mehr. Armer Mann. Seine Lonnie hat ihm jetzt eine wasserdichte Armbannuhr geschenkt, damit er sie in der Küche beim Abwaschen anbehalten kann. Nee, nee, das ist nix für mich. Ich mach's wie mein Vater. Ich bleib Junggeselle. Du hör mal, hier hast du zwei Bierfülle, siehst du? Du hör mal, weißt du, was ich dir gesagt habe? Nicht immer. Weißt du, was der Wirt gesagt hat? Der sagt davor, die stehen von vorige Woche noch fünf Cognac offen. Die kann er wegschütten, die schmecken ja doch nicht mehr. Hast du auch recht, ja. Bist du nicht einen Schnaps trinken? Ich trinke heute keinen Schnaps, und zwar aus zwei Gründen. Ausgereizwünden. Aus zwei Gründen. Erstens, habe ich dieses meiner Gattin versprochen, und zweitens habe ich schon vier. Ach so. Darum trinke ich heute keinen mehr. Mal ganz was anderes, Peter. Was wünschst du dir von mir zum Weihnachtsfest? Das hab ich dir schon gesagt. Aber Peter, das geht doch nicht. Wie soll ich denn eine ganze Eckkneipe in Geschenkpapier einwickeln, Mensch? Bist du ein paar Weintrauben haben? Ich nehme keinen Wein in Pillenform zu mir. Denn nicht. Du, Peter, in der vierten Reihe, da sitzt Frau Klevenau. Kenn ich nicht. Die habe ich das letzte Mal vor acht Jahren gesehen. Und dann kennst du die noch wieder? Gesichter vergesse ich, aber Kleider nie. Ach, dies, das kenn ich auch wieder, ja. Du, hör mal. Der, der da neben mir sitzt. Hä? Der Kerl, der da neben mir sitzt. Ja. Den kannst du von hier sehen, der sitzt genau neben mir. Das ist ein ganz schöner Rohling. Wieso? Der hat, vorige Woche hat der seine Frau ein solches Glas Honig an den Kopf geschleudert. Warum nimm das, du? Stand drauf, Schleuderhonig. Aber, das machen wir uns doch nicht mit. Pass mal auf, Peter, ich habe hier Blumentopferde, ein neues Rezeptur. Für Blumentopferde. Ein Viertel Sand, ein Viertel Kompost, ein Viertel Husum, Humus. Nee, Humus, Humus. Ein Viertel Hornspäne und ein Viertel Torf. Das ist doch Blöd, das sind doch fünf Viertel. Dann musst du den größeren Blumentopf nehmen. Mein Gott, Walter. Komm mal bitte auf. Komm mal, Peter. Komm, ja, klar, klar. Der ist gestern, der ist gestern, sag ich Ihnen, der ist gestern mit voller Wucht in die Garage reingedonnert. Du, ein Glück, dass du das Auto nicht dabei hattest. Ja, kann doch mal passieren, ne? Du wolltest noch was? Ich suche nämlich seit drei Tagen eine Wohnung. Was für eine? Meine eigene. Walter, ich bringe dich jetzt hin. Sag mal, war ich noch fast vergessen. Ja. Weißt du eigentlich, was eine Hausfrau und eine Jungfrau gemeinsam haben? Hausfrau und Jungfrau? Ja, beide warten auf den ersten. Komm, ist's gemacht. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.